Dann habe ich gesagt, alter Schwede, und dann habe ich mich korrigiert, nee, zwei alte Schweden. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man sich die so anguckt, aber, ich meine, die Buchstaben stehen ja für vier Personen. Warum waren denn jetzt nur die zwei Alten da? Und kriegt man schon Applaus, nur wenn man noch stehen kann. Wo waren denn die beiden Frauen?